ob sie nicht gut aus obwohl hat so ein bisschen garten style sieht aus wie ein garten treppchen ob jemand steine verlegt hat so im garten halt muss unten auf welche hin machen kommt nicht wahr ich weiß kaum ja so nicht das ist ja doof ja weil ich es falsch gemacht hab wieso ich hab das falsch gemacht so entschuldigung 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 hast du eigentlich aus dem ganzen stein jetzt treppen schon gebaut sonst brauche ich ja noch ein paar stufen weil ich hab glaube ich noch ein paar wie aus dem ganzen stein war es ja weil du irgendwie nicht genug stein gerade hattest du sagst zumindest aus ja und als ob ich dir noch ein paar stufen draus machen soll nö oder ein bisschen stein auch nicht wunschlos glücklich ja kannst du den Boden weitermachen kannst glas verlegen da oben ich mach jetzt gerade die treppen ok ich verleg glas du hast kein glas bei dir ich hab glas ich hab aber glas ich komme nie mit ich brauche ne schaufel hab ich so wunderschön so bisschen alles fenstern ne so nicht sieh das so vielleicht so reicht nicht mehr fenster auch aber ich mache hier nur kacke grad ich bin nix anderes gewohnt alles mischt alles misst alles misst ich hab's aber gleich bist du dir sicher wirklich wieso geht eigentlich kein ton mehr welcher ton der mein doch der geht doch ich hab's gott so verwirrt warum denn kein minecraft ton mehr geht aber der geht irgendwie muss ich glaube ich von oben anfangen sonst geht das nicht ich beobachte dich mal nein beobachte mich nicht ich bin hier nämlich voll bis sie was ich beobachte dich ich brauche dreck dreck moment ich habe schon längst dreck da will ich einmal nett sein so jetzt haben wir in der dachterrasse wunderschön brauchst du noch irgendwas meine Ruhe ne ach was oh das wird ein bisschen arg lang oder mir ist auch ein bisschen doof wenn man hinterm Haus runterfällt ich baue da mal so einen Weg außenrum ich bin gerade hinterm Haus runtergefallen und da gibt es leider keine Möglichkeit ne das sieht scheiße aus alter ne das geht nicht wir machen Treppen hin Markus mhm Treppen chill kurz ich muss mich erstmal hier außen rumbauen ja ich gucke jetzt kurz nach der Zeit ja so lange können die Leute hier meine Welt bewundern mit dem schönen Wasser 65 Minuten oh da müssen wir aber noch ein bisschen spielen weil sonst kommen wir nicht auf 80 jo da müssen wir noch ein bisschen ha liebe Leute da kommt noch einiges auf euch zu glaube ich schätze ich so ein bisschen so scheiß arbeiten die Treppen hier die nicht funktionieren nix funktioniert hier gerade 65 Minuten hast du Treppen das können ja alles das ist noch 15 Minuten oder wie ja ok zu Befehl ich habe auch gerade auf meine Uhr geguckt hast du Treppen ich renne ich renne ich renne ja hat mir noch keine Zeit mir noch 15 Minuten hopp hopp zack 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 Moment ich muss in den Keller ich habe keine Steine oder ich habe keine Steine ich habe keine Steine mehr kannst doch chillen ok chill take it easy dann kommst du aus Jamaika yeah easy yeah Jamaika Jamin Jamaika rechne doch mal hoch wie viele Treppen du brauchst 8 mach halt Treppen meine Güte musst du nicht rechnen weiß ich nicht 30 40 weiß ich nicht ja ich mache halt gib einfach ja ist in Ordnung ja hopp 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 was sieht schon gut aus der Raum hier bis jetzt finde ich ja nö in der Tat in der Tat sieht wirklich überragend aus dieser Raum denn ich möchte sie gratulieren zu diesem kleinen Häuschen wo zwar noch nichts drin ist aber wo bist du denn ne ich meinte eher so die Dr. Wolf da kennst du Dr. Wolf nein der mit dem Haarausfall nein natürlich nein nur weil du Haarausfall hast nein jetzt habe ich dein Familiengeheimnis verraten nein alle Bindjamins haben Haarausfall nein spitze Hacke spitze Hacke heute haben wir auch keins mehr Nein und es ist cool oder wie Nein das wird doch kein Mensch aus hier so sehr schöne Treppchen und du was machst du der Wendel und Spuren was soll was soll das hier was machst du was ist das so was machst du ist das was ist was was ist was hast du ein Problem was ist was über der Tür sind wir hier im Salon oder hier halt die Fresse macht da Glas rein was du machst da ist schick ja ok wir lassen es ist schick das sieht doch schick aus ja ist ok hab nix gesagt oh das erste mal das erste mal dass du nicht sagst weil ich bin ja Schwab und nix schumpf ist halb gelobt schwarze Hacke schwarze Hacke soo 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 ist ein Trick Markus ich mache noch so ein paar heimliche Sachen kurz die 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 aber nicht das was hier hier die 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 Probleme kriegen wenn wir das wenn wir das summen die 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 ich bin auf heimlicher auf ich bin auf ich bin auf heimlicher Mission die heimliche Mission zum ich bin auf peinlich was machst du denn da machst du den bergenden Penis oder was machst du da was mach ich machst du den Penis oder was machst du da warum was machst du da woher weißt du das hast du jetzt nicht vor hä was machst du denn da das geht dich doch nix an das geht mich nix an nein was wie scheiße das jetzt schon aussieht es kommt ja wieder weg das ist nur quasi nur so da ich will nur wohin wohin geht dich nix an ok ich lass dich machen ist ok mein Mikrofon mal ein bisschen näher schieben so er ist nämlich verrutscht jetzt muss ich aber nochmal kurz rein ich hab nicht genug Dreck dabei aha ist doof ne aha wo bin ich eigentlich stehen geblieben hier schnell bin ich in die gute Stube Eichenblätter 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 mache ich dir auch noch ein bisschen schön ja wohl Tine macht das so ein bisschen ich weiß gerade nur nicht was Hä wir müssen mit Holz 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 dit 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 flog hier gerade was rum ne es war der Rauch von der Fackel ich baue mir einen Penis weißt du wie du denkst von mir weiß muss ja ne weiß man nicht müsstest du mich kennen ja eben kennst du schon fast 10 Jahre ja deswegen weiß ich nicht dass du ganz bestimmten Penis machst so ist das einzige was ich jemals mein Leben kreatives getan hast ein Penis das ist beleidigt mh erzeugt mal doch gerade schon wird es auch ein Bähmutter Bombo das kann ich mich mal ja kriegt auch ein Bähmutter Bombo da blieb ein Holzhusenbonbon Holzhusenbonbon ich bin nämlich Bähmutter doch du Bischof Bähmutter 1 2 1 2 so ich glaube ich verkleidet es noch so ein bisschen mit du verkleidest unser Haus mit Sch Zau oder mit Markus nicht so blöd ist und da runterfliegt so schön ist doch nicht denkst du ja ich weiß ich bin voll das voller Nette voller gute Papi deswegen mache ich jetzt einfach Holz für dich aber Papi was auf die Uhr gehockt 15 Minuten so ja und Papi ich habe keinen Platz mehr weg mit dem Dreck weg mit dem Dreck weg mit dem Dreck so jetzt mal ist extra schön für dich extra Zaun drumrum damit du nicht runterfliegst das ist echt sehr liebenswürdig von dir ist es eigentlich schon nacht? siehst du doch bei mir ist Tag hell ja also dann ist es nicht nacht er hätte sein können dass mein Shadow irgendwie alles kaputt macht ach so natürlich bist du runtergeflogen? was ist denn das? was ist denn das? ach so das war ich so 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 du bist jetzt glücklich dass der Penis nicht mehr da ist keine Ahnung ich bin gerade wo ganz woanders boah was? boah ich wäre gerade fast gestorben so wie so meine Spezialität 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 wo geht's denn hier rein in unsere Höhle? Jo so ich will auch übelst in unsere Bude ich will nicht mehr draußen sein ich hab Angst wie war das war schon mit Zaun so wenig hab ich gemacht der Zaun ist täuscht immer übel da denkt man boah ich hab so viel Zaun gemacht da bin ich nochmal loslaufen da war es jetzt zack zack aber das hier muss ich auch noch unbedingt mit Stufen voll machen hast du noch Treppen übrig? Stein? Steintreppen ja ja gibst du mir da welche? wenn du Holz hast äh ne ich hab ich kann ja Dreck anbieten ja so reichen sechs ich weiß es nicht aber wir hätten wahrscheinlich nicht reichen ich mach noch ein bisschen mehr gib mir die Bauholz äh Treppen nö Treppen musst jetzt leider warten ich geb dir reichen Holz da toll oh jetzt hab ich Schluck auf das war aber ein fairer Tausch ich weiß Zaun Zaun hier das hier und dann das da und dann das da und dann hier rum und dann tralala und weiß nicht und hast du nicht gesehen so das hab ich 22 Holz das müsste für unten noch reichen nimm mal das Gehüpfe hier das geht ja nicht so weiter so so wunderschön 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 ja das ist nicht mal wunderschön hm ja das ist nicht mal wunderschön ne was Treppen bauen das magste das kannst du was Treppen bauen Treppen bauen naja also besser als wenn du jedes Mal da rumhampelst wie der letzte ja das hast du schön gemacht na ein paar Fackeln aber nur ein so ein Treppending sieht irgendwie immer komisch aus ja das muss ich noch verbreitern aber ich hab grad nicht mehr Treppen wie viel Zeit haben wir denn noch Mr. Markus können Sie mal looking at the Uhr neun Minuten haben wir noch neun Minuten okay das ist fast die Zeit wie vom Hauptbahnhof in München hm das sind 10 Minuten ich sag auch muss fast ja es muss mal mein Track loswerden jetzt endlich mal das hier geht so auch nicht weiter das ah aua so schon besser mal die Leiter beleuchten ich greife mal ins Leere weißt du Dreck 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 nee 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 so schön wir haben übrigens noch 4 Minuten ja gut bisschen verschätzt tut mir leid 4 Minuten was macht man denn in 4 Minuten hast du mein Kunstwerk da hinten schon gesehen was ich dir schön gebaut hab guck mal guck doch mal Richtung Nordosten äh keine Ahnung ich bin gerade in der Wohnung drin ich seh's nicht siehst doch auch aus der Wohnung Richtung Nordosten wo wo ist ein Norden ja 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 hab's gecheckt wo wo unten oben geradeaus links rechts eher so mittig einfach geradeaus gucken wo geradeaus zum Berg guck mal ich hab den Berg beleuchtet ich hab den Berg beleuchtet und das kommt raus die Kinder wenn man keine Hoppies hat 4 die Nieren mehr die sich die Uhr aber noch zu werden hier ist aber noch zu werden ich weiß ich dass sie irgendwie komisch aus hier haben wir der Textur weg mein Mann gestorben das hatte ich glaube ich auch schon mal mehr sie tun ich brauche ein paar stufen weichen stufen ich brauche nachher erstmal ob die freien geht das geht eigentlich kann kann man könnte man so lassen spiele das düstere minecraft bei mir ist immer so düster das ist nicht schlecht da stelle ich blumentöpfe hin geht nicht geht nicht so kannst du schwebende ich habe schwebende blumentöpfe entdeckt das höchste raus machen dann da drunter jetzt ist er wieder mit seiner textur hier lasst mich doch hier mal danke so jetzt kannst du da was hinstellen eventuell so weißt du so vielleicht eventuell dann guckt der dreck raus ja du wolltest auch blumentöpfe haben muss ich dir mal alles auf die goldwaage reden auf die goldwaage reden ja immer dupfe genau natürlich hallo ich bin doof okay korinthen kann wir doch mal in unserer beendens räumchen ja war nicht kommen ins beenden räumchen beenden räumchen in die aufnahme beenden räumchen ok ja dann beenden war dann beenden war was soll man noch sagen wir haben wir sagen noch ihr guten tag und ich haut rein und ja guckt weiter ja tschüss